Genau, du hättest uns lieber weiter als die Schöne und die Durst. Jetzt sind wir die Schöne und der Schöne und du wirst das Anfänger nicht teilen. Denkst du wirklich so von deiner Frau? Glaubst du, ich wäre so beschränkt von den Kleingeistigen? Wie lange drängst du mich abzunehmen? Du stirbst, wenn du so weitermachst. Da, da, da! Und jetzt kannst du die... ...